servus und hallo und herzlich willkommen zur fahrzeug präsentation dieses audi rs5 wir haben ja 2010 auto mit unter 100.000 kilometern gelaufen und wer sich ein bisschen auskennt der weiß detona grau ist hier drauf das für mein geschmack auch die schönste und zugleich aber auch pflegeleichteste farbe die man auf dem auto bekommen kann da hat ein paar zusatz features mit drin wie das panoramadach spurwechsel assistent das sind so kleine details die ich jetzt vielleicht vorab mal genannt habe wenn es genau interessiert der schaut mal bitte unter das video dort steht hier geht es zum inserat da werdet ihr im prinzip zur mobile weitergeleitet und zu unserem exposé wo wir das fahrzeug inseriert haben wo im prinzip alle details mit drin stehen in die außen macht er auf jeden fall eine gute figur mein der ist jetzt in dem fall elf jahre alt natürlich werde das sicherlich irgendwo eine kleine gebrauchsspruch finden gerade so sitzwange vom ein- und aussteigen ist hier so leicht angeschrubbelt aber das kriegt man über eine lederpflege auf jeden fall wieder hin das wird also leicht eingefärbt man sieht nichts mehr davon und ich würde behaupten so ein auto gerade in der heutigen zeit wo es alles um downsizing geht ist fast eher eine wertanlage weil ihr werdet in der zukunft einfach nichts mehr kriegen gerade wenn man jetzt mal bei mercedes guckt die haben vier zylinder motoren mit fast 600 ps aktuell keine ahnung wie lange das halten sollen ich bin kein freund davon ich mag es eher so das ganze einfach solide einen schönen sound habt ihr hier beim rs5 und wie gesagt an sich auch wirklich ein form schönes auto was denke ich ein klassiker vermogen werden kann der hat ein paar gebrauchsspuren auf jeden fall also hat ein paar kleinere kratzer die man denke ich auf dem video jetzt nicht sieht da musste schon mit der nase relativ rangehen das eine oder andere kriegt man sicherlich noch poliert wenn ihr noch fragen habt zum fahrzeug dann lasst es uns gern wissen ruft uns an schreibt uns an wir stehen mit rat und tat zur seite probieren das transparent als möglich für euch als kunden zu machen damit ihr wirklich wisst was erwartet euch hier für ein auto weil ich denke mal so das ist ja nicht wie eine jeans kaufen gehst nicht in laden und beutel und los geht's sondern hier geht es ja vielleicht ihr wollt euer altes auto in zahlung geben wollt den hier finanzieren oder noch eine gebrauchtwagen garantie dazu das ist alles ein bisschen erklärungsbedürftig aber da sind wir fit und wie gesagt stehen rede und antwort danke fürs zuschauen bis zum nächsten video